Ola! Nenn mich einen Verschwörungstheoretiker und widersprich mir, wenn ich sage, dass wir irgendwie von der Politik verarscht und für dumm verkauft werden. Dass auf diesem Planeten Zustände herrschen, die nicht mehr hinzunehmen sind. Dass Krieg ein Geschäft ist. Dass Gesundheit ein Geschäft ist. Und die Pharmaindustrie sich an einer Zwangsimpfung dumm und dämlich verdienen würde. Dass große Konzerne größeres Interesse an wirtschaftlichem Wachstum als am Allgemeinwohl haben. Dass Politiker vor den Wahlen Versprechen machen, die sie nach den Wahlen nicht einhalten. Dass diesen Politikern ihre Macht demzufolge wichtiger ist als wir. Dass wir machtlos sind, wenn wir die Macht über uns anderen übergeben. Dass man den Medien nicht einfach sorglos alles glauben kann und sollte. Dass wir nicht in einem demokratisch geführten Land leben, auch wenn man uns das so verkauft. Dass Gesetze notfalls mit Waffengewalt durchgesetzt werden, auch wenn sie keinen Sinn machen. Dass Gehorsam nichts mit Souveränität und Eigenverantwortung zu tun hat. Dass wir durch Public Relations, Propaganda, Werbung dazu gebracht werden, Dinge zu wollen, die eigentlich keiner braucht. Dass für diese Propaganda, Werbung, jährlich Milliardenbeträge gezahlt werden. Dass in diesem Land so einiges himmelschreiend ungerecht abläuft. Dass wir abhängig sind von denen, die herrschen und von deren Geld. Dass wir ohne all das auch ganz anders leben und zusammenleben könnten. Wir werden verarscht und für dumm verkauft. Und ich bin nicht der Einzige, der das so sieht. Und ich bin auch nicht der Einzige, der das nicht weiter hinzunehmen bereit ist. Bloß weil wir dazu gezwungen werden. Hinzunehmen, dass wir widersinnige Gesetze befolgen müssen, die wirtschaftlichem Wachstum und Machterhaltung dienen, aber nicht unserem Wohl. Durchgesetzt von einer Exekutiven, die selbst nichts davon hat, bis auf am nächsten Monatsersten ihre Mieten bezahlen zu können. Von einer Exekutiven, deren Mitarbeiter genauso verarscht und verheizt werden wie alle anderen auch. In Deutschland kann der die Bundeskanzlerin durch Antrag überprüfen lassen, ob er sie noch die Zustimmung der Mehrheit der Bundestagsabgeordneten hat. Erreicht er oder sie nicht die erforderliche Zustimmung, kann der Bundespräsident auf Vorschlag des Bundeskanzlers innerhalb von 21 Tagen den Bundestag auflösen. Artikel 68 des Grundgesetzes Das Recht zur Auflösung des Parlaments erlischt, sobald der Bundestag mit der Mehrheit seiner Mitglieder eine andere oder einen anderen Bundeskanzlerin wählt. Zwischen dem Antrag und der Abstimmung müssen 48 Stunden liegen. Da aber jetzt die ganze Regierung nicht mehr vertrauenswürdig ist, sollte diese Frage vom Volk aus gehen. Und zwar nicht an die Regierung gerichtet, sondern an alle Mitbürger. Und um dem Ganzen einen Anfang zu geben, stelle ich hier ganz offen eine mit Ja oder Nein zu beantwortende Frage. Vertraut ihr noch der Regierung, insofern ihr das überhaupt je getan habt? So und jetzt machen wir mal ein bisschen lang ausstehende Basisdemokratie. Bedeutet, es geht mal nicht darum, das Land zu spalten und es in zwei Lager zu teilen. Und das bedeutet, jeder macht von seinem Recht Gebrauch, eigenverantwortlich selbst zu entscheiden, was er tut und für richtig befindet. Und gibt jedem anderen das Recht, das auch zu tun. Alle, die diese Frage mit Ja beantworten, gehorchen bitte weiter, ohne zu hinterfragen, dieser Regierung. Alle, die diese Frage mit Nein beantworten, erlauben sich, ihr Bauchgefühl wieder zu ihrer Autorität werden zu lassen und dem zu folgen. Klingt ungewohnt, hat aber durchaus seinen Sinn. Jeder von uns weiß selbst, wann er mit irgendwas Unheil oder Schaden anrichtet, egal ob das verboten ist oder nicht. Nenn mich einen Verschwörungstheoretiker und widersprich mir, wenn ich sage, dass wir alle besser leben können und würden, wenn wir einander helfen, statt obrigkeitshörig und im Namen eines nicht legitimen Gesetzes gegeneinander zu wirken. Dass ein wenig mehr Liebe und Respekt statt Gehorsam dazu verhelfen würden, schöner zu leben. Dass, wenn wir einfach nur mal darauf achten, keinen Schaden anzurichten, jeder tun könnte, was er möchte, weil es keine Kläger mehr gäbe und somit keinen Grund, irgendwas nicht zu tun, das nicht schadet. Dass mit ein wenig Vernunft und Menschenverstand statt Gehorsam wir uns selbst übertreffen würden. Dass, wenn sich jeder um seine eigenen Belange kümmert, statt ständig vor den Türen anderer zu kehren, jeder sein eigenes Leben leben könnte und würde. Dass, wenn wir mehr teilen würden, wir einander automatisch weniger wegnehmen müssten. Dass, wenn wir teilen würden, tatsächlich niemand mehr Geld bräuchte. Dass wir auf Augenhöhe wesentlich angenehmer leben würden, als in der Hierarchie-Pyramide. Dass wir nichts zu verlieren haben und es einfach mal ausprobieren sollten. Dass wir eine Menschheitsfamilie sind, die sich vor langer Zeit mal durch Religionen, Nationen, Kriege hat spalten lassen. Wenn es scheiße ist, dann können wir danach noch immer noch wieder anfangen, uns gegenseitig Schädel einzuschlagen, oder? Ich weiß, ich bin nur der Hippie-Guru, der die Bäcker-Finker besetzt hat. Ein Spinner, ein Witz in der Gesellschaft. Viel wichtiger für dich ist aber die Frage, wer bist du? Bist du es wert, verarscht zu werden und verheizt zu werden, damit andere sich ins Fäustchen lachen? Bist du Nutzvieh? Denk mal drüber nach. Und wenn du die Vertrauensfrage genauso interessant findest wie ich, dann verbreite sie. Und hör auf, dich so machtlos zu fühlen, denn das bist du nicht. Schick den Link weiter oder mach selbst ein Video. Oder schick den Link an Leute wie Oliver Janisch, Xavier Naldu, Eva Herrmann etc., die BILD oder andere Medienhäuser, damit die sie weiterleiten, damit sie alle erreicht. Denn dann haben wir endlich mal was mit Demokratie zu tun. Es ist nicht mehr 5 vor 12. Es ist Punkt 12. Zeit, was zu verändern. Und ich lade herzlich zu einer offenen Diskussionsorgie ein. Zu Risiken und Nebenwirkungen vergessen Sie die Packungsbeilage und lesen Sie die Bücher 2020 Die Neue Erde oder die Anastasia-Reihe. Vergessen Sie nicht, Ihrem Arzt oder Apotheker auch davon zu erzählen.